Der Wolf und der Kranich. Es sind zweimal, wer sich einen Preis vom Verdienst von den Schlechten wünscht. Zuerst, da er den Unwürdigen hilft und dann, weil er ohne Strafe nicht mehr weggehen kann. Was ist los, böser Wolf? Ein Knochen steckt in meinem Rachen. Du bekommst eine Belohnung, wenn du mir hilfst. Aber hüte meinen Kopf. Wo ist meine Belohnung? Sei froh, dass du noch lebst. Wo ist meine Belohnung, wo ist meine Belohnung? Untertitelung. BR 2018